Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Ja, wir sind nochmal deutlich weiter runter gegangen. Wir befinden uns momentan bei ungefähr 39.000 US-Dollar, nachdem unser eines Golden Pocket nicht gehalten hat. Das war ja auch der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt noch keine Long-Position auf. Nochmal zur Info, das war unser altes Golden Pocket, das lag bei ungefähr 40.200 US-Dollar. Ich hatte hier meine erste Order drin, wir haben aber vorher noch überlegt, beim Monats-Pivot eine aufzumachen. Das habe ich euch ja gesagt, werde ich nicht machen, einfach weil mir die Reaktion hier überhaupt nicht gefallen hat. Die erste Long habe ich dann hier im Golden Pocket aufgemacht, aber dann jetzt nochmal vergrößert, nachdem wir doch nochmal tiefer gegangen sind. Also wir haben jetzt hier erstmal einen kleineren Bounce am 0.786er gesehen. Aber wenn wir uns das richtige Golden Pocket, also das übergeordnete, von dieser ganzen Bewegung, von unserem Low bei ungefähr 34.300 US-Dollar bis jetzt zum High bei ungefähr 45.000 US-Dollar hochziehen, hatten wir jetzt einen auf den Dollar genau Bounce in dieses Golden Pocket bei ungefähr 38.500 US-Dollar. Und hier hatte ich dann meine nächste Order, das heißt, mein Entry ist momentan bei ungefähr 39.100 US-Dollar. Ich habe mir meinen Stop-Loss unter dieses letzte Low, sage ich mal, hier unten runtergesetzt, ein bisschen runter, auf ungefähr 37.700 US-Dollar. Aber ist ein Risky-Trade, ihr wisst, es ist Wochenende, Volatilität nimmt ab, beziehungsweise es wird viel, viel mehr Manipulation betrieben. Deswegen Risky-Trade von mir, aber gut, minimale Minus momentan. Aber RSI auf dem 4-Stunden-Chart, wir kratzen hier die ganze Zeit schon am überverkauften Bereich, heißt eine kleine Gegenreaktion im Laufe des Tages sollte auf jeden Fall erfolgen. Zumindest das, dieses Golden Pocket über das Wochenende hält, ist extrem wichtig. Wir haben unser CME-Gap bei ungefähr 39.700 US-Dollar. Boah, hoffentlich sage ich nicht Falsches. Ansonsten schicke ich es euch später noch, beziehungsweise Ronny hat es ja in die Telegram-Gruppe reingeschickt, falls es euch interessiert. Ja, was ist jetzt der Plan fürs Wochenende? Ich erwarte jetzt erst einmal eine Gegenreaktion, wie hoch die ausfallen wird. Entweder wir gehen mindestens in das 0,5er hier bei ungefähr 39.800 US-Dollar. Wäre auch momentan sogar mein erster Tech-Profit. Und danach wird es interessant, ob wir hier gegebenenfalls einen Retest kriegen bei ungefähr 41.000 US-Dollar. Würde natürlich bedeuten, wir haben jetzt hier so einen parallel verlaufenden Abtrendkanal. Den haben wir nach unten hindurchbrochen. Golden Pocket ist alles noch nicht so dramatisch, sage ich mal, weil wir noch kein Lower Low gebildet haben. Heißt, die Struktur an sich ist auf jeden Fall noch in Gange. Ist halt jetzt eher seitwärts gerichtet. Also das haben wir ja gestern schon mal angesprochen. Im Endeffekt befinden wir uns ja auch seit Januar in einer übergeordneten Seitwärtsphase. Der doppelte Boden ist mittlerweile, glaube ich, relativ hinfällig. Gefällt mir nicht so wirklich gut. Wobei es auf Tagessicht immer noch möglich wäre, solange wir hier kein Lower Low auf jeden Fall bilden. Heißt, ganz ausschließen möchte ich es noch nicht. Aber die Chancen schwinden natürlich. Wir hatten jetzt hier, wie gesagt, diesen parallel verlaufenden Kanal, den wir jetzt nach unten hindurchbrochen haben. Ein Retest würde bei ungefähr 41.000 US-Dollar auf jeden Fall verlaufen. Hier liegt dann auf dem 4-Stunden-Chart der 200er SMA, der 200er EMA und die 4-Stunden EMA Rubins. Das heißt, hier wäre dann auf jeden Fall der zweite Take-Profit. Und da sollte schon längst der Trade auf jeden Fall auf Stop-Loss Entry sein, dann spätestens, beziehungsweise ein Gewinn. Und dann müssen wir gucken, kommen wir jetzt dann wieder hier rein, schaffen es übers Wochenende. Problematisch ist halt dann, wir haben dann unser 7-E-Gap, unser, und das wird natürlich meistens gefüllt. Das heißt, ein kurzes Rollover dann wieder da drunter ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, bevor wir dann vielleicht nächste Woche einen neuen Impuls nach oben hin sehen. Verkaufsvolumen war eigentlich relativ ordentlich, lag aber auch viel an Short-Liquidation. Also ich habe das ja auch gesehen in Telegram, ich glaube, irgendjemand hat es gepostet, war eine Menge, Menge Short-Liquidation wieder. Klar, viele haben hier drüben diesen Pump geöffnet, nach oben hin mitgenommen und jetzt halt wieder dieser Abverkauf nach unten hin. Ich habe es, glaube ich, auch schon öfters gesagt, diese Pumps, diese ganz, ganz schnellen Pumps, werden meistens halt wieder aufgefüllt. Deswegen halte ich davon nach, halte ich nicht viel. Das habe ich euch hier oben schon gesagt, dass es möglich ist, dass wir auf jeden Fall nochmal in diesen Bereich hier unten reinkommen. Ja, jetzt sind wir halt da. Orders würden ausgelöst, mal gucken, wie es jetzt übers Wochenende weiterläuft. Ansonsten, Pump ist jetzt auf jeden Fall aufgefüllt. Wir könnten jetzt auf jeden Fall erstmal eine Gegenreaktion sehen, nachdem der RSI auf den 4 Stunden, auch vor allem auf den noch kleineren Timeframes, auf den 1 Stunden, 2 Stunden und sowas, nochmal deutlich geringer ist. Worst Case momentan, ihr kennt es wie immer, diese Monatswiderstände bzw. Monatssupportzonen wären momentan die 36,4. Da würde ich dann eventuell eine neue Position eröffnen, wobei wir hier aufpassen müssen. Wir hätten hier drüben wieder so einen Bommel, der dann wieder krass nach oben hingestiegen ist. Also momentan eher ein bisschen Vorsicht, Golden Pocket wäre eine Möglichkeit, das zu longen auf jeden Fall. Aber wirklich mit Risk Management, kleiner Hebel, ich bin hier auch nur mit einem Dreierhebel reingegangen, einfach aufgrund der ganzen Marktsituation momentan. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns noch ein paar Altcoins an. Ethereum hat unser Golden Pocket hier auf jeden Fall auf den Dollar genau getroffen, welches wir schon seit ein paar Tagen immer wieder angesprochen haben. Also hier, wer da auch eine long Position mitgenommen hat, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Entschuldigung. Auch hier, gleiches Bild, RSI, absolut in einem überverkauften Bereich momentan. Volumen abnehmend, wie am Wochenende, also da ein bisschen vorsichtig. Hier könnte sich jetzt natürlich noch eine kleine Bärfleck bilden, sieht man jetzt momentan so ganz leicht. Aber auch hier wäre es jetzt erstmal möglich, zumindest ein kleineres Retracement nach oben hin zu sehen. Vielleicht auch in die 4 Stunden E-Mail-Ribbons bei ungefähr, was hat man hier, 2770 US-Dollar. Dann müssen wir natürlich wieder aufpassen, dann hätten wir hier wieder die Möglichkeit eines normalen Head & Shoulders, das sieht man hier ganz gut, die Möglichkeit bestünde. Da wir aber sowieso aus einem Downtrend kommen und noch nicht mal ein höheres Hoch gebildet haben, wäre das eher dann so ein False-Move, dass wir vielleicht wirklich nochmal in das Golden Pocket reingehen und dann nach oben hin weiter fortsetzen, weil wir aus einem Downtrend kommen. Das heißt für mich, ein Inverse Head & Shoulders ist da auf jeden Fall schon mal invalider, beziehungsweise wäre dann einfach nur, um zu trollen und den Leuten zu sagen, ja, hier könnt ihr jetzt eine Short-Position aufmachen und dann passiert genau das Gegenteil. Und das ist vor allem bei Head & Shoulders Chart-Pattern des Öfteren so und vor allem dann nochmal bei Altcoins oder bei Bitcoin sowieso. Gut, dann schauen wir uns mal noch unsere Lieblingscoins an. Luna hat den Abtrend jetzt auf jeden Fall erst einmal durchbrochen, hält sich aber dafür immer noch eigentlich sehr, sehr gut in dieser Bewegung, sage ich mal. Wir können auch mal hier gerne mal das FIP-Level dazunehmen. Wir sind hier gerade mal ums 0,236er, also ein richtiger Abverkauf ist das nicht. Volumen ist schleichend abnehmen, RSI war jetzt auch nicht so besonders niedrig, sage ich mal, dafür, dass man von einer Korrektur ausgegangen ist, aber das hat sowieso hoffentlich keiner, oder wer es geshortet hat, hat sich einen Glückwunsch. Ansonsten für mich war das zu risky, in Luna reinzushorten. Die 4-Stunden-Email-Ribbons geben hier auf jeden Fall noch Support, heißt, wir befinden uns auf jeden Fall noch in einem Abtrend. Abtrend, habe ich euch ja auch gesagt, auch wenn diese Linie bricht, solange die 4-Stunden-Email-Ribbons hier weiterhin Support geben, ist weiterhin ein Abtrend ersichtlich. Wir könnten theoretisch auch noch hier in diesem Bereich von 78 US-Dollar runterfallen, also es ist nochmal minimal drunter, weil hier der Monats-Pivot liegt. Das heißt, hier könnte nochmal eine kleine Reaktion kommen, mit einer möglichen Bullish Divergence, und dann versuchen, vielleicht wieder in diesen Abtrend reinzukommen. Momentan ist er jetzt erstmal gebrochen, aber trotzdem, Luna nie unterschätzen, der kann schneller wieder hochpumpen, als man sehen kann. Also hier hatten wir auch schon wieder die erste Gegenreaktion, sag ich mal, vom Low zum High sind es jetzt auch schon wieder 7,5% fast, die wir hier nach oben gestiegen sind innerhalb kürzester Zeit, mit, naja, Volumen, aber gut, es ist Wochenende. Gut, dann schauen wir uns auch ganz kurz Phantom an. Wir hatten gestern hier eigentlich einen wunderschönen Bounce in das Golden Pocket. Natürlich, Bitcoin ist da nochmal eine Etage tiefer gegangen, in unser übergeordnetes Golden Pocket. Heißt, wir müssten auch hier mal das Golden Pocket reinziehen, von dieser Gesamtbewegung auf nach unten. Hier hätten wir sogar noch ein bisschen Luft gehabt, in Richtung des Bereichs von ungefähr 1,60 Dollar. Sollten wir hier nochmal hinkommen, auf jeden Fall die Reaktion auch ganz, ganz genau beobachten, ob wir hier wirklich gleich eine Gegenreaktion kriegen, dann wäre es auch eine Long Opportunity. Momentan in dieser Zone überhaupt kein Bereich für mich, wo ich jetzt sagen würde, okay, hier longe ich rein. Der Pump wurde auch hier, man sieht es hier ganz genau, wir hatten hier nochmal einen Wig, das heißt, dieser Pump wurde auch auf jeden Fall auf den Dollar hinaus aufgefressen, sage ich mal wieder, also wenn man das so sagen kann. Ihr versteht schon, was ich meine, also der Pump ist auch gefüllt, das heißt, wir könnten auch hier jetzt erstmal eine Gegenreaktion sehen. Auch hier könnte man natürlich schon wieder sagen, okay, wir hätten hier die Bildung eines dann möglichen Head & Shoulders, aber auch dann wäre das für mich keine Short-Position, sondern eher hier vielleicht reinzulongen. Gut, dann genug zu Altcoin, schauen wir uns noch ganz kurz die News an. Erschreckende Umfrage über NFT, sind 10% der Projekte Betrug? Hm, wer hätte es gedacht? Ja, wir hatten ja gestern, glaube ich, schon einen Artikel über NFTs. Ihr kennt meine Meinung dazu, wer den Artikel interessiert, ich schicke ihn euch später noch in die Telegram-Gruppe. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Start ans Wochenende. Wir hören uns dann morgen früh wieder ganz normal. Kommt gut durch den Tag, wenn es irgendwas gibt, kommt in die Telegram-Gruppe, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir hören uns morgen wieder und wie immer, Stay Crypto! Wir hören uns morgen wieder und wie immer,